Und die Inflation betrifft die Grünen nicht und vor allen Dingen nicht deren Wähler, weil die sehr gut verdienen. Und da ist es egal, ob der Monatseinkauf 300 Euro oder 450 Euro kostet. Es ist egal. Die merken das nicht. Aber die 13 Millionen in Deutschland lebenden Menschen, die am Rande der Armutsgrenze dahin vegetieren müssen, die merken das. Und die Mutter und der Vater, die kleine Familie, die zur Arbeit pendeln und sich das Benzin nicht mehr leisten können, die merken das auch. Und übrigens, by the way, unsere Benzinpreise sind nicht so hoch, weil der böse Russe da irgendwas gemacht hat, sondern weil die Steuern auf Benzin so hoch sind. In anderen Ländern, in unseren Nachbarländern, ist das Benzin ca. 50 Euro-Cent günstiger. Ricarda Lang verlangt eine Kriegsteuer. Das letzte Mal hatten wir das unter Adolf Hitler. Cem Özdemir macht ein Video, was 30 Sekunden lang ist, wo er 31 Takes gebraucht hat, mindestens, indem er uns erklärt, dass Hühner jetzt eine Warnweste kriegen, damit sie vom Falten nicht gefressen werden. Obwohl das ja auch natürlich wäre. Und Frau Baerbock ist in Kiew und twittert, sie hat mit den Klitschkos eine Nacht in Kiew verbracht und sie haben ihr Kiew gezeigt. Und nicht nur das. Seriös sieht anders aus. Aber es ist wahrscheinlich irgendwie auch cool. Die Frau ist übrigens verheiratet. Frau Baerbock sagt auch, sie wird Russland in die Knie zwingen. Und sie ist Diplomatin. Im Grunde genommen unsere oberste Diplomatin, nämlich unsere Außenministerin. Frau Baerbock, Verständigung kommt von Verstand. Ja, und das Propagieren der E-Autos nimmt inzwischen religiöse Züge an. Ebenso übrigens auch wie das Propagieren der Corona-Maßnahmen. Längst ist durchgedrückt.